Liebe Zuschauer, willkommen heute zum Mittwochsumzug wieder mal. Heute mal vom Marienplatz ausgehend, die Route. Übertrifft eigentlich die letzten zwei Jahre an Corona, weil da wird noch einiges auf uns zukommen. Und deswegen sind wir auch hier jeden Mittwoch an alle, die hier am Marienplatz sind. Wir sind, München steht auf, jeden Mittwoch 18 Uhr in München. Ja, schließt euch Hand. Kommt mit zu einem friedlichen Protest in der Münchner Stadt, bevor wir frieren müssen, bevor wir hungern müssen, bevor wir an der Armutsgrenze leben müssen. Ja, kommt jetzt. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf die Straße, für die Wahrheit, für die Frieden, auf die Straße, für die Liebe, auf die Straße, für die Wirkung. Danke nochmal dafür und jetzt Reinhold, bitte Musik. Musik 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 Ja, liebe Mitbürger, wir sind, München steht auf. Musik 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 Das ist mein Name, das ist mein Name, das ist mein Name, das ist mein Name, das ist mein Name. Mit Frieden ist die Versammlung.